Johnny hat nach Rom eingeladen und alle sind sie gekommen. Die Schönen und die Stars, die seine Mode lieben und natürlich ihn. Er ist schon seit vielen Jahren mein Lebensretter, indem er mich schön macht. Heute trage ich etwas von ihm, man nennt es. Wie sagt man nochmal, wenn etwas nicht von dieser Saison ist, aber für mehrere? Vintage, ja Vintage, aber nicht zu sehr. Vintage, ja Vintage.